Ich bin heute hier auf der ISPO für Adidas und wir haben einen kleinen Social-Media-Vortrag gehalten. Also ich glaube, egal welche Branche, auch den Sport hat einfach die digitale Welt erreicht. Bei uns fängt das an, bei den Schuhen, also bei den Füßen eigentlich, dass jeder Fuß auch von uns gescannt wird, man Einlagen bekommt und genau das, was man braucht, um vielleicht kleine Stellschrauben zu korrigieren. Und dann kann man irgendwelche Defizite auch feststellen und darauf auch die Kleidung anpassen. Haben wir mit mir rechnen können? Das weiß ich selber noch nicht. Ich bin aber auf einem sehr guten Weg und fühle mich gut. Ich habe jetzt im Moment keine Schmerzen und denke, dass ich in zwei Wochen wieder ganz normal gehen kann ohne Probleme und dass ich auf einem guten Weg bin und hoffe, so schnell wieder zurückzukehren.